Und damit kennen wir, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Turns Beer Car. 6-4 Boulder Roller ist das erste Level, dem wir uns heute entgegenstellen. Und wenn du dich fragst, warum wir in Welt 6 und nicht in Welt 1 sind, warum hast du alle anderen Videos noch nicht abgecheckt? Mach das jetzt direkt hier oben auf dem i und komm dann zu dem Video zurück. Let's go. Ich hab immer... Oh mein Gott, was ist diese Kugel? Hans ohne S würde sagen, ich hab da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Und das hab ich auch nicht... Oh, mein mieses Gefühl trügt mich nicht. What the hell? Wir haben das K. Als ob er mich... Der hat mich gar nicht getroffen. Das ist eine komplette... Juckt, 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 juckt. Wir haben die, die Back. Back wie die Hinterstraßenjungs. Boah, dass ich kein Damage genommen hab gerade. Holy shit. Es gibt hier ein Puzzleteil. Do I look like I want to have some Puzzleteile? Es geht mal wieder. Okay. Okay. Okay, wir sind hier drüben. Boah, darauf hab ich ja gar keinen Bock. Egal, wir kriegen Didi wieder. Warum zoomt die Kamera? Okay, das sieht auch gut aus. Es hört sich aber nicht gut an, das sei doch ehrlich. Checkpoint! Hallo! Da ist wieder die große Kugel. Die wird gleich so eine große Rolle spielen. Erstmal kommen die halbgroßen Kugel. Ja, komm. Dann halt nicht. Ne, also das ist dann halt auch schon ein Scam. Ja, wahrscheinlich, oder? No way, no way. Ach man, nee. Ich will nicht. Das ist so gestört. Also nicht das, sondern eigentlich nur Nintendo. Nintendo ist so gestört. Da kommt doch jetzt die große. Ich weiß das doch. Das war Real Talk, nur für ein Puzzleteil. Habt ihr das gesehen? Da kam von oben noch eine Kugel rutscht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht. Bitte tötet mich. Bitte helft mir hier raus. Bitte lass jetzt ein Like da. Oh mein Gott. Kommen wir, kommen wir, kommen wir zum nächsten Level. Precarious Plateau. Oder Precarious. Oder wie auch immer man das aussprechen tut. Alter, werden wir ausschauen. Ich bin... Da ist schon wieder Wind. Was ist das denn? Wo ist Didi? Hallo. Oh boy. Oh. Ich sehe schon wieder Kugeln. Ich habe schon wieder gar keinen Bock. Das war close. Oh, das sieht mir verdächtig. Nach einem rambiziösen Level aus. Hier öffnet sich was im Hintergrund. Ob wir hier Rambi haben sollen? Ich denke schon. Ob wir Rambi bekommen haben? Ich denke nicht. Oh, Alter. Was war das denn? Das war schon krass auch. Wie da hinten ist das Ziel? Hä? Also ich habe mich mal vor Urzeiten auf ein Rambi Level gefreut. Gefreut. Aber Rambi existiert gar nicht. What the hell? Rambi ist tatsächlich nur in meinem Kopf innen drin. Wo war... Hä? Bin ich... Bin ich einfach lost und bin an Rambi vorbeigelaufen? Kann man in Donkey Kong Country Turns jedes Level ohne Rambi machen? Scheinbar schon. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Nice. Crumble Canyon wird hoffentlich wieder ein bisschen, ich nenne es mal länger und spektakulärer. Also was ich aus erster Hand sagen kann, oh mein Gott, das Team scheint Wind zu sein. Boy, was geht ab? Viel Spaß. Schönen Tag noch. Ciao. Und dann fragt man sich, warum ich jede meiner Lebensentscheidungen bereue. Mh, warum wohl? Ja, das war ja der größte Scan der Welt. Ich habe noch ein Herz für dieses wunderbare Level, das sich wunderbar spielt. Boy, bitte. Mach doch nicht dieses... Ach komm, es ist doch so ein Garbage. What the hell ist heute schon wieder los? Ey, hier stürzt ja... Let's go, let's go, hier stürzt alles ein, wollte ich sagen. Einfach Didi. King. King. King wie dieser super bekannte Burgerladen. What the hell? Oh, haben wir, haben wir. Oh, wie... Oh mein Gott, was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Es passiert alles auf einmal, wir haben es geschafft. Oh, wo geht es hier lang? Ballern, ballern, weg hier. Ich habe Angst vor jeder Plattform in dem Level, weil alles kaputt gehen könnte. Ein riesen Dinoskelett, wie cool. Der einfach durchslicen. What the hell? Der wird mich doch ein bisschen meine Träume verfolgen, wird er mich... Ah, da ist er, da ist er. Uuuuh. Da ist er, da ist er schon. Oh mein Gott, einfach Chasing-Sequenz. Wie cool. Jetzt Sprung. Sprung. Okay, wir sind safe, glaube ich. Wir sind safe. Ich glaube, wir sind safe. Und zwar sowas von. Das Level war wieder zu innovativ. Ich finde es nice. Ich finde es nice. Und ja, der Welt halt hier. Wow. Ja, cool. Jetzt gucken wir uns das K. K zu dem Storm. The one and only. Oh, ihr macht doch Gas jetzt hier. Hallo. Hier geht das schon wieder. Ach, come on. Ja. 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 Schmutz. Weiter. Und den Ballon brauchen wir eigentlich nicht. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass wir so schlecht sind, dass wir noch Ballons brauchen. Und da haben wir Didi verloren. Und Checkpoint. Let's go. Didi haben wir auch wieder back. Sehr schön. Oh mein Gott. Übertreib doch komplett. Ich bin nur hier für die Buchstaben. Die schmecken super lecker. Nein, nicht noch mehr davon. Wir können fliegen. Und damit skippen wir das Ganze. Oh boy. Shazam, back to the Vordergrund. Boy, hier ist schon das Ziel. Oh ja, kein Stress an der Stelle, würde ich sagen. Let's go. So und nichts anders. Mussat. Und was auch muss, ist, dass ihr jetzt hier ein Abo da lasst. Und dieses geisteskranke Video auscheckt. Da sind wir einfach in Mario Bros. Wonder von einem riesen Fisch verfolgt worden. Es ist gestört.